Hallo und herzlich willkommen zurück zur Brilli Baut. Ihr fragt euch jetzt, was war das denn für ein abruptes Ende in der letzten Folge? Du hast dich gar nicht verabschiedet, lieber Herr Brilli. Ja, das kann ich euch erklären. Und zwar ist einfach Minecraft abgestürzt und deswegen konnte ich mich nicht verabschieden. Aber das war zum Glück bei Minute 13 oder sowas. Das heißt, es war jetzt nicht ganz so tragisch, würde ich sagen. Ja, wir waren dran, hier Overclocker-Upgrades zu bauen. Und ich sehe schon, wir haben jetzt noch 5 Electronic Circuits. Das heißt, 5 Upgrades können wir noch vielleicht schaffen. Dann jedoch verlassen ihnen die... Was verlässt uns eigentlich? Uns verlässt das Rubber, richtig? Wir haben, glaube ich, keinen Rubber mehr. Ich gucke mal ran. Rubber... Ne, nur noch Rubber Saplings. Ja, gut. Und das bedeutet, dass wir dann sehen müssen, dass wir nochmal Rubber rankriegen. Jetzt machen wir erstmal so weit, wie wir hiermit kommen. So, bauen wir uns noch ein paar Water Cells oder wie die heißen, Coolant Cells. So, so und das sind 3 Stück. Und damit können wir, glaube ich... Ach, wir brauchen sowieso Kabel. Na, ich kann gar nicht mehr die ganzen 5 verbrauchen. Denn, äh, ich brauche ja sowieso Kabel. So, eins können wir noch bauen. Dann war es das. Äh, erstmal brauche ich noch ein paar Platten hier. 12. Um genau zu sein. So. Ach, Quatsch. Das. 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 So. Ich weiß, die Folgen. Jetzt werden mal wieder so ein paar Crafting folgen. Und, ähm, das findet ihr vielleicht langweilig, so rumzukraften. Aber, okay. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. Da müssen wir halt auch durch. Das gehört halt alles zu Minecraft. Aber ich versuche euch trotzdem ein bisschen Spaß zu bereiten. Das dürfte doch möglich sein. So, jetzt haben wir schon mal 4 Upgrades. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt ist die Frage, ja, wir brauchen jetzt Rubber. Wir brauchen noch mehr Tin. Äh, ja. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Copper für, äh, warte mal. Das können wir ja alles schon machen, während wir vielleicht ein paar Bäume einfarmen gehen. Einfarmen, äh, farmen gehen. Ähm, so. Der ist fertig. Gerade noch was Tin. Äh, hier. Na, nochmal 30. So, die sind leer. Das heißt, da können wir jetzt das Copper und das Tin reinpacken. So, wie war das jetzt? Worauf muss ich den nochmal stellen? Auf das, oder? Extrude. Kommt dann Kabel. Hoffentlich. Jawohl. Okay, so können wir es laufen lassen. So, dann werden wir jetzt Bäume fahren wollen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Hatchet. Würde ich sagen, dass wir uns die, äh, die große Axt mal bauen. Die Lumber Eggs. Aber dafür brauche ich mal gerade das Buch. Das ist der Buch. Wo, äh, äh, ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, Materials and You? Nee. Aber es ist, glaube ich, bei Skylar. Ach, danach kann ich nicht suchen. Toll. Das Schwarze oder das Rote? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wo sind denn unsere Bücher? Ach, hier. Mighty Smelting. Ich glaube, das ist es. Schauen wir mal. Komm her, Buch! Na los! Da ist es. So. Ist es das? Ich glaube, das ist es nicht. Verdammt. Es ist doch das Rote. Es ist doch das Rote, Buch. Na dann holen wir uns das. Und das schmeißen wir wieder weg. Und das können wir mal weg. Und das auch. So. Hallo, Buch! So, ja. Das scheint mir das Richtige zu sein. So, Lumber Eggs. Da. Dafür brauchen wir Large Plate, Tough Rod, Tough Binding und Broad Axe Head. Ich glaube, die Tough und Tough und Tough Binding haben wir. Ich gucke mal nach. Äh, wie viel haben wir hier noch drin? Und was sollte vielleicht sogar reichen? Äh, also. Tough Rod. Tough Binding. Wo ist denn das? Das Binding Pattern. Habe ich das noch nicht in... Nein, das habe ich noch nicht in Gold gegossen. Das war das Problem. Deswegen haben wir das letzte Mal nicht gemacht, ne? Äh. Was mache ich jetzt? Sollen wir das jetzt machen oder nicht? Dann hätten wir sie halt. Andererseits ist das natürlich eine ewige Arbeit, hier dieses Zeug rauszuholen. 37 Ingots. Ach komm, fackeln wir nicht, machen wir einfach. Das muss halt auch mal sein. Ich muss da wieder Gold reinwerfen. Und dann müssen wir uns die anderen Schablonen erstmal machen. Darum geht es hier. Na. Ja, ich weiß, ich könnte mir theoretisch ja auch eine... Einfach eine zweite Smeltery hier neben klatschen. Aber dafür müssten wir auch wieder farmen gehen. Weil ich glaube nicht, dass wir genug Grout... Äh, für eine zweite Smeltery haben. Das heißt, man müsste da erstmal wieder Lehm holen. Und, äh, Sand. Und der ganze Schmodder. Da, äh, habe ich jetzt derzeit auch keine Lust zu. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Ich meine, es sind ja nur noch 30, ja? Ja, so. Können wir ja die Zeit mal stopfen. Stopfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ungefähr sechs Sekunden brauchen wir, äh, pro Ingots. Ja, da könnt ihr mal ausrechnen. Sechs mal drei. Tausendachtzig. Äh, 180. Sind wir in drei Minuten fertig. Drei Minuten einer Folge für sowas. Das ist doch... Muss auch nur sein, ja. Das ist... Das nennt man Wellness. Wellness für den Zuschauer. Ihr könnt euch hier eure eigenen Gedanken machen. Über Gott und die Welt. Über Politik und Kriege. Über Ebola und, äh, alles. All diese Dinge könnt ihr euch jetzt mal Gedanken machen, während ich hier so schön die Stahl-Ignoten, äh, aus dem Ding hier hole. Ach ja, das Leben. 20 hätten wir schon. Das heißt, hier müssten noch 17 drin sein. Das ist richtig. Sehr schön. Da, da, didi, da. Ja, da brauchen wir noch Gold. Ich hoffe, wir haben überhaupt noch ein bisschen Gold. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel wir da für die Platten da brauchen. Äh, den Kopf und das Tough Binding müssen wir machen, ne? Tough Rod hatten wir. Äh, Tough Rod. Large Plate haben wir. Hier ist schon mal der Broad X Pattern. Hatten wir denn dafür schon die Steine? Ne, noch nicht wahrscheinlich. Ähm, habe ich da jetzt irgendwas mit? Nein, natürlich nicht. Ah. Habe ich hier noch Steine drin? Ne, ne? Doch! Warte mal, dann, äh, machen wir hier den schon mal so. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, jetzt haben wir das. Und das muss, muss ja genauso da hin. Warte mal, dann müssen wir auch noch den, das hier müssen wir auch noch machen. Äh, so. Tough Binding hätten wir auch. Ach, Quatsch, die können wir auch mal drin lassen. Aber das Tough Binding nicht, so. So, wie viel haben wir noch? Uh, nicht mehr viele, Leute. Nicht mehr viele. Chicky, chicky, chacka, chacka, chacka. Naja, es ist halt einfach auch, äh, es ist einfach leichter mit so einer Lamperex die Bäume zu fällen, weil ich da nicht immer den ganzen Stamm fällen muss. Ja, zumindest wenn die Bäume nicht zu groß sind. Ich glaube, dann geht das nicht mehr. Aber, bei den ganzen Bäumen, die wir da fällen, ist das schon von Vorteil und, äh, macht auch mehr Spaß. Und deswegen machen wir das hier. Äh, 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 okay, langsam wird hier auch verrückt. Hierbei, tüdüdüdü, noch zwei, noch zwei. Dann hätten wir es endlich. So, und dann müssen wir gerade Gold holen. Und ich weiß auch gar nicht, doch, da ist noch, da ist noch genug Lava drin. Durch den Shader-Mod So, jetzt dürfte es leer sein. Jawohl, es ist leer. Durch den Shader-Mod sehe ich hier nicht, wie viel Lava da drin im Tank ist. Ich weiß nicht, warum er das nicht anzeigen kann. Weil er dumm ist, wahrscheinlich. So, dann holen wir uns mal gerade ein paar Gold-Ingots. Das wird nicht lang. Das wird nicht langen, glaube ich. Nicht sicher. Absolut nicht sicher. Ja, ich bin gespannt. Wie weit wir damit kommen. Ich glaube nämlich, ich weiß halt nicht, da steht ja immer dran, hier zum Beispiel Material kost 1, Material kost 8. Zum Beispiel der Hammerhead oder so. Und hier steht ja jetzt, hier steht es jetzt nicht, steht das hier, ja. Hier 3 und da 8. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Form dafür auch schon so viel braucht. Oder nur, wirklich nur diese einzelnen Teile. Das ist halt, das werden wir jetzt mal rausfinden, ob wir damit eine Form gießen können oder nicht. Weil normalerweise braucht eine Form, glaube ich, 2 Ingots. Oder maximal, maximal 3 oder sowas. Mal gucken, ob der jetzt hier 8 braucht. Nein, braucht er nicht. Okay, das ist schon mal gut. Vielleicht kriegen wir das hier dann auch noch hin mit den 6. Wie viele sind jetzt noch drin? 4, ja doch. Das passt doch. Dann braucht es doch 2, wie ich gesagt hatte. Wenn jetzt noch 2 drin sind. Jawohl. Holen wir die noch raus. Dann können wir wieder Stahl einschmelzen. und dann bauen wir uns die Lumber-Ex. Sehr schön. Das klappt ja hier wie am Schnürchen. So, okay. Machen wir jetzt mal, ach Quatsch, jetzt müssen wir hier Stahl reinwerken. Zack, der ganze schöne Stahl wieder rein. Ach ja, so ist das. So ist das, liebe Leute, so ist das. Ja, dieser Raum hier. Erinnert ihr euch noch, wie wir angefangen haben und hier das kleine Maschinchen stand? Ja, das waren Zeiten. Ja, mal gucken, wofür wir den Raum dann, äh, letztendlich benutzen werden. Ob wir hier die Smeltery stehen lassen oder ob die Smeltery umgebaut wird. Das ist, äh, steht alles noch in den Sternen. Tschö, Mama! Mann! Wo kommt der denn her? Boah, hab ich mich erschreckt, ey, das glaubt ihr gar nicht. Boah. Das gibt's ja nicht. Hier ist so eine Drecksau einfach um die Ecke und reißt uns hier unseren Vorgarten auseinander. Na, sowas. Was ist denn jetzt? Wo ist denn das ganze Dirt? Der ganze Dirt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, es geht schon wieder los. So, dann nehmen wir hier mal ein bisschen Dirt weg. Äh, und machen den Dirt jetzt hier hin. So, das gibt ja, das geht ja gar nicht sowas. So, wo ist meine Lumber-Axe? Hier. Ach, ist ja noch gar keine Lumber-Axe. Ist ja die Scheiß-Axe. So, den Baum kommt auch weg. Den Baum kommt auch weg. Ach, Mann, sowas hasse ich. Ja, wir könnten auch mal einen Extractor bauen. Da können wir nämlich, aus den Rubber-Woods kommen ja hier die Rubber-Woods und die, und das Rubber. Man kann die Rubber-Woods auch noch einschmelzen in dem Extractor, glaube ich. und dann bekommt man auch noch mal Rubber. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so geht. So, seid ihr durch? Jawohl, dann kommt die auch noch rein. Zack. So, Tough-Binding. Haben wir. Dann Road-Axe-Kopf-Dings. Na, da fließt ein bisschen länger. Na, komm. Was ist jetzt los? Reicht nicht? Da sind noch sieben drin. Ach, der ist schon fertig. Es sah so koknisch aus. Und den Large-Plate-Dings, wie viel haben wir noch drin? Sieben, müssen wir gerade mal warten. Ich glaube, der braucht acht. Und das brauchen wir noch. Ach so, die Dinger können wir erstmal wegwerfen. Die aus Stein. Ist der jetzt aus Stein? Ja. Und der ist aus Stahl und der ist aus Stein. die können wir weg. Die brauchen wir nicht mehr. So, hier ist jetzt auch bald mal geschmolzen. Zack, die Buck. So, einmal das Gesicht. Weiß nicht, was das für ein, äh, für ein Teil sein soll, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. so, bist du fertig. So, Dankeschön. Und dann noch das, der Rodcast. Der Roddy. So, na komm. Na komm. Na komm. Na komm. So, fertig. Alles klar. Äh, da machen wir uns jetzt mal hier die, lalalala, Lamba Eggs. Welche ist es? Die? So, schon. Äh, so. Das, das, das und das gibt Lamba Eggs. Sehr schön. Okay. Den können wir noch gerade einschmelzen. Und dann gehen wir mal gerade raus. Ach, Quatsch, warte, ich lass mal lieber die ganzen Dinger da. Ne, was war das? Ein kurzer Leck. So, die lassen wir mal hier. Zack, zack. So, sonst noch was? Ne. So, dann zeige ich euch mal, wie die Lamba Eggs funktionieren. Das ist eine Wohltat, sage ich euch. So, wo sind hier? Da ist doch direkt Rubberwoods. Zack. Da guckt ihr, oder? Ist das gut? Ach, ist das einfach geil. Das ist einfach, das ist das, ja, was ich meine. So. Ist der Timer abgelaufen, Leute. 15 Minuten pure Minecraft-Action waren das mal wieder, oder? Ihr hattet hoffentlich euren Spaß. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann fällen wir hier noch ein paar Rubberbäume und schmelzen das Rubber ein und so weiter. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, wie es geht. Langsam seid ihr ja genauso pro in Minecraft wie ich hier. Ich bin ja ein Mega-Pro, also ich kann es ja wirklich, äh, ich kann das ja wirklich wie kein Zweiter. Also da, äh, das ist natürlich, ja, ja, was rede ich hier eigentlich? Gut, dann würde ich sagen, ach, der hat uns hier auch, der hat uns hier auch was vom Haus weg gesprengt. Hm. Ich habe jetzt kein Spooksboot dabei, da müssen wir warten. Na gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Brelli baut, das wird wahrscheinlich morgen sein. Also, ciao! Ciao!